So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei, wir lassen weiterlaufen, zurück bei Going Medieval. Medieval. Können die Bienen Temperaturbedingungen nicht erfüllt? Okay. Was für Temperaturbedingungen bräuchten die denn? Okay. Im Winter können die Bienen nicht arbeiten. Offensichtlich. Das ist ja irgendwo durch. Verständlich. Ja, es ist ein Live-Let's-Belauf-Tötschgesündung. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Und ich habe mir überlegt, vielleicht noch ein paar Sachen anders einzustellen bei den Tätigkeiten. Weil ich das Gefühl habe, wir kochen mega viel. Und die bauen super langsam, ne? Oder liegt es einfach daran, dass wir das Holz immer so elend lange holen müssen? Okay, wir machen das schnell anders. Ich habe nie eine Idee. Wir lagern hier mal komplett Holz. Ne? Alles entfernen. Und Material. Rohmaterial. Uh, wieder Musik. Schön. Holz. Dadurch. Ich mache das mal auf Mittel. Können wir jetzt jemanden losschicken? Siehler sind verärgert. Warum denn? Was denn los? Bemisste Unterhaltung. Etwas hungrig. Dann is was. So. Wir müssen jetzt nochmal den Weg hier machen. Weil irgendwie scheint das nicht so zu funktionieren. Warte mal schnell. Wo bist du eigentlich? Spawn. Warte, warte. Uh, jetzt schicke ich dich los, ne? Ah, Leichen sind verrottet. Wäre sinnvoll, den Terminplaner zu überarbeiten. Ich denke eben auch. Fuck, du bist 53 geworden. Nice. So, dann machen wir die Folge. Wir reißen das alles nieder. Ja, dass wieder... Der ganze Wald geht. Next Wood wird kahl gemacht. Hungrig. Etwas müde. Religiöse Aktivitäten. Also den Terminplaner, den müssen wir glaube ich nicht mehr groß überarbeiten. Ich glaube, das ist soweit gut. Die Siedler sind hauptsächlich verärgert, weil die religiösen Aktivitäten fehlen. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die Kirche fehlt, ne? Nein. Ich brüte halt ein positives Stimmungsmodell. Ich kann ja meine Zeit verbringen. Aus Next Wood wird ne Steppe. Ja. Die Idee ist eigentlich, alles abzureissen und die Esel transportieren das ganze Holz dann hierhin und dann wird schneller bearbeitet, oder? Weil die Religion so weit entfernt ist. Aber die Religion ist ja hier. Wir reißen hier den ganzen Bums mal schnell nieder. Ja. Nein. Ups. Ups. Ach, nö. Äh. Shit. Ja, weil das noch unterirdisch ist. Ach, kack. Und bitte nicht. Der Rest ist gut, die Wand nicht, die Wand nicht, diese Wand nicht, die Wand nicht. Das ist nur dein Empfinden, ja. Gut, vielleicht hast du auch recht. Also wir werden, wir werden die Kirche, ich glaube soweit ist gut. Ich habe einen kleinen Dachschaden. Ja, ich weiß. Und damit werde ich leben müssen. So. Dann kommen die Sachen hier weg. Das kommt auch weg. Das kommt alles auch weg. Und das hier muss zugemacht werden, damit die Küche wieder zu ist und die Küche wieder produktiv ist. Und eigentlich müsste das endlich mal gemacht werden, damit auch hier wieder schneller, ne. So, ich denke das ganze Holz wird jetzt dann hier gleich geholt, ne. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. war hier nicht das wieder kaputt gemacht so hier ist der weg zurück zum keller eine große halle soll kommen meine jetzt haben wir das holz hier sehr gut jetzt müssten die esel das nur noch hin und her transportieren ich wäre auch froh wenn die die mal langsam trainiert sind das scheint ja hier gar nicht geklappt zu haben wie sieht es denn eigentlich aus viking 27 mit tieren wunderbar den boden von vom stahl den boden vom stahl ich werde hier so oder so ich werde das hier so oder so anders gestalten also das hier wird eh zugemacht zumindest ein paar ein paar links lang oder vielleicht auch von hier aus und das wird auch überdacht das kommt kommt noch das kommt alles noch so jetzt die frage wie mache ich die halle ne schieben wir die so hier rein im grunde genommen ja dass sie von hier einmal hin können dabei eine treppe von unten von der küche her ich glaube die ziehen wir sogar hier durch müssen wir hier ein bisschen ändern aber im grunde genommen rein von der höhe her ok warte mal schnell bevor wir das machen muss ich den lehm aus dem boden noch holen hier ja 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 naja echt jetzt ok das ist bis hier hin das habe ich noch befürchtet verdammt was es 2 ja ja camps ja ja ok wir streichen den mal schnell damit das noch irgendwie stabilität hat das ding ist ich will den lehm hier schon noch raus haben wäre schade wenn die dachten den leben nicht mitnehmen wir die halle bauen mit die decke hier nicht einbricht ich glaube dass dürfte schon halten wenn wir den hier lassen hier ist eh kein problem ja ich glaube das dürfte halten gut jetzt haben wir zeitweise hier noch rein dann viel mehr hier haben wir nicht ne das einzige problem ist halt dass das zimmer von die hier unten für einen kurzen moment unbrauchbar wird keller kind deswegen schieben wir dich woanders hin irgendwo wo wir noch niemanden haben wir haben nämlich ein zimmer noch offen das hier dann darfst du nämlich hier einziehen müsste keller kind können wir hier in ruhe schnell die sachen rausnehmen die bodenschätze zwangsumsiedlung weil wir bodenschätze gefunden haben nur ist der scheiß dass wir ihnen nicht wirklich geld zahlen dafür ne wie wie sieht es eigentlich einer tabelt tiefer aus ist ja hier ist auch noch mal leben drin oh gott oh mein gott da ist viel ach kacke wir warten damit mal schnell warum wurde eigentlich kein alkohol hier hingebracht und warum ist hier noch gemüse abfall aber auch gemüse abfall hier und verdorbenes fleisch bitte schmeißen sie mal alles dahin was nicht gut ist ja hier sind wir auch noch nicht fertig ich glaube hier sind wir theoretisch fertig ne das heißt hier könnten wir uns überlegen das wasser schon mal reinziehen zu lassen auf der anderen seite müssten wir auch nichts graben wenn wenn das hier klappt also wenn ich das hier durch nehme und wir das tatsächlich fluten können um eine höhe dann sind die sogar perfekt auf der wasserhöhe so wie wir müssten ne auf der anderen seite kann man dann hinschwimmen erich da fällt gleich jemand manchmal ne hast du dich verletzt dabei frank gutes bier ja wirklich hoffen dass unser bier gut ist warte mal schnell ist das nicht unser einziger zugang nicht ganz nein 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 die falsche höhe entschuldigung ich glaube die tür hier macht schon am meisten sinn oder direkt an der kante auf 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 Ah ja stimmt, ich wollte hier noch Distanzwaffen bis Führung, ein Kampf ausschliesslich So ja, jetzt ist der Keller aktuell noch offen, das müssen wir dann ändern bei Zeiten, habe ich eigentlich geguckt, ob der Kellerboden noch Lehm hat, ja ich glaube eins hat mir ausgegraben, ich glaube eins hat mir dafür extra ausgegraben. So, ist jetzt hier was zusammengebrochen? Nein, sieht soweit gut aus. Wir haben den Tisch sogar gemacht, endlich. Machen wir schnell 30 Bücher. Ja, jetzt ist die Frage, wenn wir eh die Erde aufmachen, ob wir dann die Räume nicht gleich ein bisschen erweitern, oder? Zumindest bis in die Nähe der Küche. Äh, der, der Keller. Weil die Erde eh schon weg ist dann. Aber das machen wir mal abhängig davon, wie viel Leben hier allgemein noch im Boden ist. Hier ist noch Leben im Boden, da ist noch Leben im Boden, hier nochmal, da nochmal. Hier nochmal, da nochmal. Ich verarsch mich nicht. Auch unterhalb da, mhm, das ist ein Problem. Siele sind fergert, was ist das Problem? Moderat müde. Okay, vielleicht habt ihr recht, vielleicht haben sie wirklich nicht genug Zeit zum Beten und so. Wir machen hier am Morgen früh nochmal Zeit zur Verfügung. Wenn alles offen ist, was beim Keller einbricht, dann gleich eine Mauer hochziehen. Okay, warte, wir machen das, wir machen vielleicht, ja. Okay, wir machen, wir machen mal schnell Folgendes. Wir streichen das mal schnell. Und nehmen schnell den Lehm hier raus und dann machen wir hier wieder zu. Ja. Und dann machen wir allgemein wieder zu und graben von unten dann. Das ist eine gute Idee, ja. Das hier im Grunde genommen auf der Höhe die Sachen wieder schließen. Dann ist der Keller nämlich wieder zufrieden. Der Keller ist dann wieder stabil. Das können wir rausnehmen. Und dann schmeißen wir mal schnell, mal schnell. Und wieder Lehm rein. Und dann können wir hier im gesamten Boden gucken, wie wir das machen wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, es macht nicht Sinn, dass wir das Wasser auf dieser Höhe fluten, ne. Aber ich habe eine andere Idee. Wir könnten hier zumachen und dann den Bereich nach hinten fluten. Mist, religiöse Aktivitäten. Ja, ich habe es jetzt aber so eingestellt, dass ihr eine Stunde mehr zur Verfügung habt. Und dann dürftet ihr jetzt eigentlich den ganzen Bums mit Beten und so machen, wie ihr gerade Bock habt und lustig seid, ne. Ich überlege gerade, ob wir in den Keller einen anderen Zugang noch machen. Also, dass wir hier in der Mitte irgendwo noch einen Zugang runter machen. Da können die Leute direkt am Morgen aufstehen, in den Keller, was essen und dann in die Halle hoch auf der anderen Seite. Vielleicht auch nicht so schlecht. Die müssen draußen spielen im Winter, aber das macht nichts. Das härtet die Leute ab. Und dann kannst du mal ganz kurz das da priorisieren. Ist instabil. Dann bau das untere doch bitte. Kann er nicht abreißen. Nein. Irgendwie kriege ich den nicht, ne. Ich sehe auch gerade, dass hier ein Teil des Bodens kaputt ist. Ansonsten das geht. Den dritten Balken einziehen. Ah ja, ich habe die Sachen geschoben, ne. Aus irgendeinem Grund kann ich das sogar in den Küchendings reinmachen. Also, das sieht ja mega komisch aus. Jangan lupa. Bis zum nächsten Mal. Schiff 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 Ich wollte die Treppe ohnehin noch eins weiter reinziehen. Ich wollte die Treppe ohnehin noch eins weiter reinziehen. Okay, das heißt, auf Kellerhöhe ist das wieder sauber. Größtenteils. Ich verstehe gerade nicht. Machen wir bitte hier sehr hoch. Die ganzen Stimulantien sollen hier gelagert werden. Oder habt ihr das ganze Bier schon versoffen? Ich habe das Gefühl, hier wurde schon mächtig, mächtig getrunken. Ja, aber das ist es. Letzter Trainingsversuch ist gescheitert. Letzter Trainingsversuch ist gescheitert. Hm. Er war erfolgreich. 27. Ich habe wirklich Schiss, ob wir das mit dem Bären schaffen oder nicht, ne? Aber jetzt ist es wieder schön offen. So, die Küche wurde erstellt. Das wird wieder schneller gekocht. So wird muss. Oh, kacke. Hier unten ist ja die Küche. Äh, ich sehe, ist ja ein Dings. Hier lagern wir ja. Das heißt, damit hat sich das eh erledigt hier. Gut, hier ist kein Lehm drin. Das ist schon mal beruhigend. Hier ist Lehm drin. Das ist nicht beruhigend. Ist hier auch nochmal Lehm drin im Boden? Nehmt den Lehm bitte schnell raus. Aber bitte sehr schnell, ja. Das ist nicht beruhigend. Ich habe hier eine Lehmziegelwand rein. Ich bin so ein Vogel manchmal, ne? Das ist ja wirklich zum Mäuse melken mit mir. Ich wollte eine Erdwand reinmachen. Nice, wir haben ein Haustier. Ein erfolgreiches neues Haustier hier trainiert. Ja, schön. Haben wir den Wald abgeholzt? Ja und nein. Das bedeutet, dass wir bei den domestizierten Ramos als Transport reinmachen müssen. Wer ist denn Lucy? Ah Lucy, dich habe ich nicht eingestellt als Transportesel. Na bin ich. Ich bin der Esel von uns beiden. Ich bin der Esel von uns beiden. Na Lucy hat sich aber ein schönes Leben gemacht. Bedeutet Lucy in irgendeiner Sprache nicht Glück? So viel Freizeit hätte ich auch gerne. Hi. Dorfbegrunde sind untätig. Ja, das wage ich zu bezweigen, dass Kellerkind gerade untätig ist. Ah, doch. Ich weiß warum. Ich habe da so eine Theorie. Perhaps magst du schnell das bitte klein hacken, damit Kellerkind runterfällt und dann los kann. Das ist noch nicht fertig. Das ist immer noch nicht fertig. Du bist immer noch nicht fertig. Dankeschön. Ich gehe in der Bett schlafen. Hopp. Wir lassen das mal schnell offen, damit ich von hier die Sachen abbauen kann. Okay, hier unten war nichts mehr. Oh Gott, auf der Höhe nochmal. Auf der Höhe auch nochmal, ne? Uff. Hier auch noch. Oh. Uiuiui. Ist ja gut, dass wir viel Leben haben, aber ich meine, hallo. Ich meine, hallo. Hallo. Wenn es nach mir geht, könnten wir die auch höher stapeln, ne? So, Siedler sind verärgert. Unterhaltungsbedürftig. Hungrig. Müssen wir noch mehr neue Sachen erforschen, was Unterhaltung betrifft? Ich habe nicht das Gefühl, wir haben zu wenig Unterhaltung, ne? Ja, die Tiere schlemmen. Irgendwie geschlemmt. Okay, wir haben super viele üppige Mahlzeiten. Wir haben... Wie viele Johannisbieren? Wir müssen mal schnell hier fruchtsamft fermentieren. Ja, keine Ahnung, machen wir 100. Weißt du was? Mach einfach, mach einfach, mach einfach alles. Du freust dich, wenn man Kannibalenzusammenbruch hat. Der wird nie einen Zusammenbruch haben. Wir hoffen nicht, fermentiert seid ihn nie. Ist es zu kalt draussen, ne? Haben wir in der Küche eigentlich noch Platz? Irgendwo eine Ecke, wo wir das Zeug zum Fermentieren reinschmeissen könnten? Weil hier müsste ja eigentlich so warm genug sein, ne? Wieder schließlich gekocht hier. Stimulantien. Noch roh? Nein. Fermentiert, fermentiert, fermentiert. Wo ist es denn? Hier, Zutaten. Was haben wir hier? 1,4 Grad Celsius draussen. Minus 2,4. 4,5 Grad Celsius draussen. Ich kann es das gleich dann kommen mit mir. Wir fünen hier. Wir finden dem Schwachzent Versuch. Ja, ich bin persönlich pathetic, mit mir. Und sonst wir malen Satんで. Warumstag, monasterie oder nichts machen polished? Hast du ja Zeit? Seine Nachbarn zum Fressen gern haben, ja. Schwierig. Üppige Mahlzeit wurde auf dem Lagerplatz zu Kompost. Ja, wir haben also zu viel Nahrung. Yeah, 28. In zwei könnt ihr versuchen, den Pern zu zähmen. Dem anderen ein Ohr abzukauen. Ja, wir haben noch einen Kort. Ja, wir machen Etage für Etage, würde ich meinen. Oh, da drunter ist auch lehmkacke. Wie weit kommt? Wie weit rein? Okay. Okay. Das sind einfach noch zwei Lehmfelder. Könnte aber kein Problem sein. Weil da nichts stützt, oder? Jetzt aktuell. Aktuell ist es der hier, der stützt. Vielleicht noch eine Hand ins Feuer legen? Ihr seid furchtbar, Chef. Ja, der Winter endet und ich habe noch nichts gebaut, weil wir nur damit beschäftigt waren. Ich sehe es tatsächlich auch kommen. Aber ich will zuerst sicher alles aus dem Boden haben. Ich überlege hier noch... Ich überlege hier tatsächlich aufzustocken, ne? Ich gehe nach oben. Das Tor wurde noch nicht, dass es stimmt. Jetzt stimmt es, wo du es sagst. Ich hätte mehr Bewohner so gern, aber es kommt niemand. Ich gehe nach oben. Du hast einen Kriegsbogen, mit dem bist du besser. Du hast einen Kurzbogen, das heißt für dich gibt es eine Armbrust. Ja hier, langen Bogen, langen Bogen. Bubi hat einen Kurzbogen, du holst dir mal wieder auch eine Armbrust. War schon verfügbar, wir haben wieder irgendwelche Deko-Sachen. Ich brauche mehr Bewohner, wir haben zu viel Essen, aber zu wenig Bewohner. 237 üppige Mahlzeiten. 880 Gersten. 9 Bewohner sind erschöpft. Wie viele Bewohner? 9. Ich muss gestehen, dass ich Lust hätte, die grosse Halle und alles was wir innen bauen mit Kalkstein zu machen. Obwohl, das macht eigentlich gar keinen Sinn, jetzt extra noch... Ne, das ist Kutsch. Also 8 potenzielle Mahlzeiten für den 9. Die 9 hier, die haben das auch alles gebaut. Sila ist verärgert, was ist das Problem? Das ist unglücklich, ja. Dass die das während dem Schlafen merken, dass sie gerade nicht so happy sind. Super. So, die Brücke ist hier fast fertig. Ach, die Kapelle aus Kalkstein. Die Kapelle will ich eigentlich oberhalb von der grossen Halle machen. Ich will in der Mitte eigentlich ein Gebäude haben, das nach oben kleiner wird. Ganz oben die Bibliothek. Und eigentlich ein bisschen mehr im Zentrum. Das würde bedeuten, dass die Kühe und so ein bisschen weniger Platz haben. Nach vorne kleiner. Das ist einer von hinten groß. Das ist hier hin, hier. Ja. 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 Da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir können jetzt nämlich anfangen, das hier abzureißen. Jetzt verlagen wir mal fix dahin. Ja, wird das Holz hier hingebracht? Ja, fleißig. So, wir können jetzt hier abzureißen. So, das wird langsam was. Wir brauchen noch einen Bewohner. Ob es einen Cap gibt für die Dorfgröße? Oh, das weiß ich nicht. Da fragst du mich auch. Hm. Ich glaube, die Hühner brauchen gar nicht so viel Space, ne? Hühner könnten wir übrigens auch woanders halten. Ich finde das mit dem Feuer ganz cool. Es ist ein bisschen Verbrauch von Zweigen eigentlich, aber ich finde, es hat was. Doch, Bewohner leiden unter Kälte. Warum? Winterkleidung. Das ist wahrscheinlich einfach, weil es sehr kalt ist gerade, ne? Oder ist deine Winterkleidung... Ja doch, deine Winterkleidung ist gut. Aber du hast keinen Hut. Noch mal neun Hüte, bitte. Für jeden Bewohner einen. Ein freundlicher Besuch, ja. Das ist wieder der gleiche Text mit dem schiefen Lächeln. Tja, wie zu erwarten. Den können wir noch nicht rausnehmen. Wir nehmen die Mauern da mal schnell raus. Können wir sicher hin und her. Warum können wir die Treppe dann mal fix wegmachen? Das ist jetzt ein bisschen umständlich, ne? So, aber... Das ist halt jetzt so. Wenn ich den Lehm aus dem restlichen Boden halt auch noch gerne hätte. So, so weit, so gut. Ah ja, der Händler, ne? Er trägt Sommerkleidung. Scheint ihn aber nicht so zu jucken. Hat er ein Tier dabei? Abgesehen vom verkackten... Hat er ein Hund dabei? Ein einzelnes Hund. Der hat immer Tiere dabei. Er ist ein einzelner Händler, ne? Er ist immer der gleiche, der vorbeikommt. Bierer sind hungrig. Bierer sind nicht mehr hungrig. So, um acht kann ich fragen... ...ob er verhandeln geht mit dem guten Kutbald. Früh genug, let's go. Ist für euch eigentlich okay, dass ich auf dem schnellen Schwierigkeitsgrad... ...äh, auf dem schnellen Dings gerade laufen lasse? Tschö. Karottensamen, Kohlsamen... ...Alkohol... ...Honig, Knusperlinge... ...Rübensaun, Hölznerfalle... ...Apfelbaumsetzling. Ja, der hat eigentlich nix. Er hat auch nur fünf Gold. Wir verkaufen ihm ein paar Mahlzeiten. Wir verkaufen ihm eine Mahlzeit. Naja, komm, ist gut. Ja, er hat nix von Interesse. So dauert es nicht so lange, wie sowas passiert, ja. Ich finde es am Anfang noch spannend für die Geschichte, dass wir nicht so schnell machen. Aber je weiter man kommt, desto eher habe ich das Gefühl, okay. Machen wir mal Wix schnell. Kennerkind. Mach mal, mach mal... Nein, nein, nein. Mach mal den schnell weg, bitte. Damit ich hier mal eine Leiter machen kann. Den erweist er, den Forschungstisch habe ich immer noch nicht gebaut. Wir sind jetzt dann gerade übrigens unter dem Wasser. Also, was wir hier abbauen. Das ist tiefer als das Wasser. Könnte noch eins tiefer sein. Das ist gerade meine Fass. Aber ich hoffe, dass da jetzt kein Leben ist. Ansonsten... Sind mir die Hände gebunden, muss ich da weitermachen. Im Vergleich, hab nach den letzten neuen Runen angefangen, bin ich jetzt schon wieder vor dir. Ja, aber gehört ja auch dazu, dass man ein bisschen... Dass man ein bisschen genießt. Weil du genießt das Spiel falsch. Ich bin nicht sauer, dass du weiter bist. Das ist schon... Nein, selbstverständlich. Ist egal. Ja, haja, Kellerkind. Du bist aber auch schnell. Okay, Tiere. Ein Problem, was ich aktuell habe... Ist schon... Dass wir eigentlich Metallkomponenten brauchen, um mehr Armbrüste zu machen. Oder haben wir hier noch Armbrüste eingelagert, die ich gerade nicht sehe? Ah, hier. Ja, hallo. Kriegsbogen, weil du... Meisterschütze bist. Aber als Meisterschütze kannst du doch auch einen Langbogen nehmen. Ja. Dann kann auch Krabs einen Langbogen nehmen. Nein, nein, einen guten, bitte. Wir hatten doch irgendwo noch gute Langbögen. Die haben wir extra gemacht. Hier, ein guter Langbogen. Genau. Weil Viking scheint auch ein Meisterschütze zu sein. Bretanien. Ah, dein Bogen ist ja auch nicht mehr optimal, ne? Hol mal den guten Langbogen hier. So, und Kellerkind. Du bist ja kein wahnsinnig guter Schütze. Noch nicht. Du holst dir auch mal schnell eine Armbrust. Und dann haben wir jetzt distanztechnisch alle gut ausgerüstet. Sehr gut sogar. Das heißt, die, die Langbögen haben können, die machen am meisten Schaden, kommen aber nicht so weit, wie die Armbrust schützen. Aber die Armbrust schützen können, dafür, dass sie nicht so gute Schützen sind, sehr gut mit den Armbrüsten umgehen. Könnte man unter dem Haus eine Reihe wegmachen und mit Wasser füllen. Dann in der Mitte des Dorfes einen 4x4-Teich machen. Vielleicht, unter Umständen könnte ich auch hier durchgraben und hier aquäduktmässig die Erde aufschütten und dann hier das Wasser durchlassen. Um es dann in die Mitte zu bringen und in der Mitte hier einen kleinen Teich zu machen. Um dann den Teich wieder abzuschließen, zuzumachen, also wenn das Wasser da drin ist. Dann das alles wieder zubauen, zurück, wieder abreißen und die Mauer wieder so herstellen. Und dann haben wir hier in der Mitte auf dieser Höhe einen Teich mit Wasser drin. Ich weiß nicht, ob das geht. Da müsste ich echt mal ausprobieren, ob wir so runter können, um das aufzufüllen auf der Höhe. Aber ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren, weil ich finde es gut, dass es um eins versetzt ist. Also wenn jemand hier ranschwimmt, er kann an der Wand nichts kaputt machen. Ich weiß nicht, ob sie aus dem Wasser zuschlagen können oder nicht. Aber auf alle Fälle haben sie so gar keine Chance. Kann es sein, dass die Population von Wildtieren, Punctowölfe, ein bisschen überhand nimmt? Ja. Vielleicht sollten wir mal Wölfe töten gehen als Gruppe. Nun denn. Ich war aber hier noch dran. Also. Da ist nochmal Lehm. Das war aber Unterhauf. Das ist okay. Das ist Erde, Erde. Erde, Erde, Erde. Das ist Lehm. Das sind die zwei, die wir aber noch warten. Weil die tragen gerade noch das Gebäude. Ja, schade. Und Lehm wird weiterhin verheizt. Oh, hier hinten wird Lehm auch gelagert. Das ist nicht so smart. Ähm. Das ist sehr hoch. Das ist ein Rohmaterial. Lehm. Ähm. Es läuft sehr hoch, dass wir das Leben hier lagern, weil dann wird es hier gleich verbraten. Füchse sind auch mehr als Wölfe. Ja, aber ich habe das Gefühl, die Wölfe sind gefährlicher als die Füchse. Die Füchse reissen maximal. Die Hühner greifen die Menschen nicht so aktiv an. Und ein Wolf, glaube ich, wenn er hungrig ist, greift ein Mensch mal schnell an. Besonders die... Oh! Boy! Boyu! Du bist... Moment, domestiziert. Eine Kuh! Wir haben jetzt eine Kuh, die transportiert. Sehr schön. Das bedeutet aber auch, dass Viking eigentlich schon wieder... 28... Also hat er ja vorhin schon, aber... So. Hier auch nochmal Leben drin. Nein. Gut. Das bedeutet, dass wir ab hier... ... 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 Oh, ... ... ... ... Nein, auch die Höhe machen wir zu und dann überlegen wir, wie viel wir von dem hier noch mitnehmen. Theoretisch könnten wir hier ein gutes Stück rein. Tja, das war eine Folge, wo wir den Boden ausgegraben haben. Super, ne? Ich mag das Tümpchen hier, sieht ganz gut aus. Ich glaube sogar... Ne, normal ist am besten. Ich sehe nicht ganz, was das hier soll. Unterschiedliche Farben oder wie? So. Grober Wein. Grober Wein. Wurden wir im Winter jemals angegriffen? Es wirkt für mich nämlich so, als ob ich im Winter noch nie angegriffen wurde. Nahrung haltbar machen. Nahrung haltbar machen. Wir schmeißen hier mal schnell alles raus. Ich glaube, hier habe ich die Sachen richtig eingestellt. Nicht wahr? Brennstoff, Kleidermaterial und Kochmaterialien. Mmh-ml Didache. Okay. Mhm. Tierfutter wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Was braucht das eigentlich für ein Skill? Auch Gunst zählen. Kann ich... Darf ich... Ist es möglich, bei den Bewohnern einzustellen? Gepackte Mahlzeit. Und wo schmeißen wir die hin? Oder macht es sogar Sinn, immer nur verpackte Mahlzeit zu essen? Und gar kein üppiges Mahl? Gepackte Mahlzeit Wolle und Leine Was gibt uns das eigentlich an Was gibt uns das eigentlich an Nahrung? Weil wenn die verpackte Mahlzeit deutlich besser ist als die üppige Mahlzeit Obwohl ich das Gefühl habe, dass die üppige Mahlzeit die Leute glücklich macht Also, verpackte Mahlzeit verdirbt erst in drei Jahren Währenddessen üppige Mahlzeit hier in elf Tagen verdirbt Aber ja, 17, das ist ja auch nicht mehr maximal Es ernährt 85, währenddessen üppige Mahlzeit 90 macht Die Frage, die sich mir stellt ist Macht üppige Mahlzeit glücklicher als die anderen Starker Frost macht den Boden stahlhart und vernichtet angebauter Pflanzen Bäume spalten sich, Vögel erfroren und Flüsse vereisten Für die Siedler war es lebensnotwendig sich wahr anzusehen und die Schlafträume von Exwood zu heizen um den tödlichen Kuss des Erkältes zu entrinnen Doch, das ist untätig Nein Doch Okay Dann doch, das ist untätig Das geht natürlich nicht Rauberwein Weiß das jemand aus dem Chat Ob ähm Weiblich Männlich Weiblich Männlich Weiblich Wir trainieren den anderen männlichen mal Die sollen als Lasttiere hier mit viel Muskelkraft die Sachen Ne Tritra transportieren Der Bär Steppt Wahrscheinlich weiß es niemand Wohne leidet unter Kälte Winterkleidung solide Haben wir noch gute Winterkleidung irgendwo? Eine schwache Kappe Hol dir mal so eine ausgezeichnete Kappe bitte Du bist gut der Winterkleidung Achso Die Räume sind nicht beheizt Ja klar Ja klar Macht absolut Sinn Ich glaube wir ziehen das Gebäude hier noch ein bisschen rein Je nachdem könnten wir hier eine Wand machen Hier eine Wand machen Und hier drei Treppen runter Die dann hier oben nicht auffallen Dann können wir doch noch ein Wohndings hier unten machen Gibt ja gewisse Chars mit Nahrungsanforderungsausprägung Die beziehen eine gewisse Stimmungsausschüttung daraus Darüber hinaus Achtung halbwissen Habe ich das Gefühl Es reicht Um den Nährwert Geht es unabhängig von Verschweissungsort Okay Also das was du glaubst Ich verstehe Viele sind verärgert Warum Ist kalt und etwas müde Bartanien Ja naja Schau an wie viel Holz hier jetzt gelagert wurde Freier Raum Ja super Da ist wieder zu Ich glaube die können wir alle von oben füllen Ich glaube die können wir alle von oben füllen Ich glaube ich lasse den Raum mal groß Falls wir da Schmiede und Rüstungszeugs reinmachen Wenn oben das Eisen geschmolzen wird Hat denn Dute bevorzugt simple Mahlzeit Okay wir gucken mal schnell Dann haben wir hier Ruppi scherzt damit Dass sein geräumiger Bauch ein grosses Plus ist Der Energie zum Für magere Zeiten speichert Die Fortbewegung ist allerdings langsamer Appetit Das 20 Verzehrdauer minus 15 Bewegungstempo minus 5 Das hat keine Konsequenzen So wie es aussieht Das ist Trinken Das ist Menschenessen Das ist Die einzige Möglichkeit Lebensmittel vor dem Verderben zu bewahren Ist sie schnell zu essen Zumindest denkt Sponzo Ja gut Beleibte Ja wir haben zwei Beleibte bei uns Warum nicht Ich freue mich auf den Frühling So Ist die Frage Wie mache ich das hier schnell Im Grunde genau könnte ich Den hier rein machen Wie man das schnell aus Holz hier Also wie sie da abreißen können Das ist nur eine Stütze Bis ich die Sachen hier gebaut habe So wie sie gebaut sein müssen Um das hier abzureißen Obwohl Wie viele Felder sind das Die In Ordnung sind Drei Ich lasse den Ideen abreißen Eins, zwei, drei Wenn der hier steht Dürfte der das oben tragen Dann können wir es auch vermissen Auf Wenn der leise Das ist der Dann schrepp im Prostig. Du trägst ja auch keine Winterkleidung, mein Freund. Haben wir überhaupt noch Winterkleidung? Ich befürchte nicht. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Auf der anderen Seite, der Winter dauert ja nicht mehr lange. Wer friert? Wirklich friert? Spawn. Okay, das macht dich aber noch nicht todunglücklich. Leidet unter Kälte. Raum erstellt, eine Bibliothek. Ah, wir haben aus Versehen eine Bibliothek erstellt. 29, bald kannst du einen Bären zähmen, Viking. Bald. Weißt du was, geh hier in den Raum rein. Bleib hier einfach stehen, Spawn. Du darfst da einfach stehen bleiben. Beim Feuer. Möglichst nah hier. Dann können wir das abreißen. Dann können wir das abreißen. Nehmen wir die zwei auch raus. Jetzt hoffe ich, dass das hält. Müsste eigentlich. Ah, ne, warte, 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 warte. Moment. Das hält natürlich nicht. Bis da oben muss da jetzt gebaut werden. Jetzt kann ich das wegmachen. Also hier werden wir wahrscheinlich eins rausziehen. Auf der anderen Seite kann ich auch überlegen, das Dach komplett anders zu machen. Und hier auch nochmal einen Turm drauf. Ich überlege auch hier aufzuschütten. Ich überlege sogar ein gutes Stück aufzuschütten. Den gleichen Turm, den wir hier haben, hier nochmal machen können. Wie viele Felder sind das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, drei. Und fünf müsste ich noch dran setzen. Bis hier hin. Warum kann ich hier nicht setzen? Entschuldigung. Aha, hier ist ne... Lol. Okay, ob wir das... Das machen wir jetzt nicht im Winter. Das machen wir vielleicht jetzt besser nicht im Winter. Wir machen jetzt zuerst mal schnell das hier fix fertig. Und dann ist es gut. Also hier kommt ein Holzboden rein. Das sind jeweils drei, die dazwischen sind. Und hier unten den Lehm noch raus. Kältewelle ist vorbei. So, der Lehm ist ja nicht unten, sondern der Lehm liegt dann immer nebenbei. Das ist ja gut. Kommt da noch ein Dings drüber. Weil es ist Lungen, das macht jetzt nichts. So. So, und daraus machen wir dann eine Schmiede. Bei Zeiten. Zuerst will ich die grosse Halle machen, die aber erst in der nächsten Folge in Angriff genommen wird. Und ich halt gucken muss, wie weit ich die überhaupt nach vorne ziehen will, ne? Das ist noch ein bisschen die andere Frage. Ob ich die wirklich bis ganz nach vorne nehmen will oder halt nicht. Aber ich hätte eigentlich vor, nach oben zu bauen. Aber gut. Das in der nächsten Folge, mein Daumen. In der nächsten Folge ist auch der Winter vorbei. Ich meine die Perspektive mal so. Aha. Gut. Ein Like da lassen. Ein Kommi da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf.